Warum spiele ich Gitarre? Es ist so, dass ich mir erstmal eine Vorstellung davon machen muss, wie die Sachen klappen. Und wenn ich denn eine Vorstellung davon habe, dann muss ich da hart dran arbeiten. Ja, aber wenn ich die Vorstellung habe, wie es mal werden könnte, dann ist das ein unglaublicher Ansporn. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, wo wir jetzt gerade sind gesellschaftlich und wo wir hinwollen, dann kann ich mir vorstellen, dass es bald alles vorbei ist. Und dann können Sie zum Beispiel einen Song schreiben, einfach so, wenn Sie Gitarre spielen können. Und das ist einfach nur mal geil. Warum möchte ich darüber einen Song schreiben? Na, ich möchte, dass die Enkel wieder ohne Angst zu den Großeltern gehen und sie umarmen. Ich möchte, dass wir uns alle wieder umarmen. Ich möchte, dass wir tanzen. Ich möchte, dass wir singen. Und das können wir auch. Bald, 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 bald ist es vorbei. Bald, 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 bald ist es vorbei. Ich möchte mir vorstellen, wie Omas Ehre und in die Hände nehmen oder was weiß ich. Ach, es gibt so viele Ideen für Texte. Also stellt euch vor, wie jetzt eure neue Normalität aussehen soll. Aber singt mir bitte nicht vor, dass ihr es geil findet, eine Maske aufzusetzen. Das glaube ich euch nicht. Okay?